Servus auf der Mehlmüllhalde. Anlässlich Halloween habe ich mir ein paar Spezialisten ausgesucht und um ein Darlehen von 10.000 Euro gefragt, denn ich möchte mein Haus ordentlich dekorieren, eine gruselige Verkleidung für mich kaufen, genügend Süßigkeiten für die Kinder im Haus haben und für meine Nachbarn eine Superparty auf die Beine stellen. Das lasse ich mich schon mal 10.000 kosten. Ob mir jemand helfen konnte? Nach dem Intro erfahren wir es. Wenn du dich für unterhaltsame oder informative Videos zum Thema Betrugsmaschen aller Art interessierst, dann solltest du mal meine Playlists durchsehen. Da ist bestimmt für jeden was dabei und wenn du dann auch noch ein Abo mit Glocke da lässt, dann verpasst du auch kein künftiges Video. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem ersten sogenannten Kreditgeber. Die nette Taisaya war gleich mal hilfreich zur Stelle und hatte keinen Zweifel, dass ich die 10k Kredit schnell haben könnte, wenn ich doch erstmal meine WhatsApp Nummer schicken würde. Dieser Bitte konnte ich aber leider nicht nachkommen, weil ich ja ein alter Mann mit einem alten Telefon bin und mich mit diesem modernen Zeugs wie Apps ohnehin nicht auskenne. Trotzdem konnten wir dann per Mail Zinsen und Raten festlegen, was mir die Hoffnung auf ein tolles Halloween gab. Meine Freude wurde dann ein bisschen getrübt, als mir Gebühren für den Erwerb meiner Unterlagen angekündigt wurden. Muss man auch nicht wissen, was das zu bedeuten hat. Was ich da zahlen muss, damit ich meine eigenen Unterlagen erwerbe? Aber weil ich ja allen ein super Halloween bereiten wollte, stimmte ich zu und fragte nach einer Rechnung für die Gebühren und eine Abschrift des Kreditvertrages zur Kontrolle, sodass ich dann schnell zahlen kann. Das hat aber natürlich wieder niemanden interessiert. Sir, die Kosten für den Erwerb Ihrer Dateien belaufen sich lediglich auf 250 Euro. Wenn Sie einverstanden sind, werden wir mit dem Verfahren beginnen. Wenn Sie zustimmen, haben Sie nur 24 Stunden Zeit, um Ihren 10.000 Euro Kredit zu erhalten. Wieder musste ich nach Rechnung und Vertragskopie fragen, was wieder ignoriert wurde. Stattdessen bekam ich die übliche Liste mit Abfragen der persönlichen Daten. Tatsächlich ging das einige Male hin und her. Ich schickte keine Daten, sie schickte nichts von dem, was ich wollte. Irgendwann machten wir dann den nächsten Schritt. Ohne diese Informationen bitte ich Sie, dass der Darlehensvertrag nicht sofort zustande kommt, da wir auf diese Informationen warten, damit der Darlehensvertrag zustande kommt und Sie nur 250 Euro ausgezahlt bekommen. Wenn Sie diese Informationen senden, erhalten Sie den Vertrag heute wie geplant, Sir. Wir warten auf deine Antwort. Nach diesen etwas verwirrenden Worten konnte ich nicht mehr widerstehen und schickte meine Daten. Wie du sehen kannst, war ich ein wenig kreativ. Allerdings schienen diese Informationen von Taisaya für gut befunden, denn statt Reklamation kam nur noch die Frage nach einem Scan meines Personalausweis. Nicht zu vergessen, dass mir nochmals zugesichert wurde, dass meine Daten bei ihr sicher und vertraulich behandelt werden. Es machte mich natürlich extrem glücklich zu wissen, dass meine Daten sicher sind. Trotzdem habe ich mir nochmals erlaubt, nach einer Rechnung für die Gebühr und eine Abschrift des Kreditvertrages zu fragen. Wobei das gar nicht mehr so wichtig gewesen wäre. Stattdessen interessierte mich viel mehr, welche Verkleidung sie denn für ihr Halloween gewählt hatte. Und sie ward nicht mehr gesehen. Schade eigentlich. Ciao. Dietmar war anscheinend so begeistert von meiner Idee, eine Menge Geld für Halloween rauszuschmeißen, sodass er gleich mal alle meine Daten haben wollte und ich damit schnell an mein Geld komme. Natürlich kann ich nicht einfach alle Daten an einen Unbekannten im Internet schicken, weswegen ich ihn nach einer Identifizierung seinerseits fragte. Und mit deutscher Gründlichkeit schickte er mir sofort alle relevanten Informationen über seine Person. Faszinierend. Also dachte ich, ich könne ja nichts falsch machen, wenn ich es ihm gleich tue und schickte meinen Namen und dass ich österreichischer Herkunft bin. Sollte doch bei mir auch reichen. Ich wollte dann auch ein wenig Gas geben, denn Halloween ist bald da und die Gäste brauchen zu saufen und die Kinder ihre Süßigkeiten. Vielleicht war ihm meine Fragen nach seinen Lieblingssüßigkeiten zu privat, oder er war tatsächlich kein Freund von Halloween. Jedenfalls hat er sich nicht mehr gemeldet. Das war also Teil 1 von 2 Halloween-Spezialausgaben von Mehl mir mal Müll. Danke fürs Zusehen und Happy Halloween! Danke fürs Zusehen und Happy Halloween!